Was ist aus unserer Lieblingsinsel geworden? Jetzt mal ehrlich, wie scheiße ist das denn? Nicht die Randständigen, sondern die Leute, die sich auf Söden Haus leisten können. Mir geht's nicht so schlecht. Naja, okay. Bevor wir hier brechen, jetzt auch noch das Riesenrad in der AfD-Farbe, Alter. Jetzt kotze im Strahl. Jeden Tag sitze ich am Wahnsinn und ich höre die Wellen zu. Ich liege hier auf meinem Handtuch und ich finde keine Ruhe. Vielleicht kommt da eine überraschende Zeitung, wir können sich schnell werden. Dieser Lied wird nie zu Ende gehen. Was machen diese originellen Punk-Arrangeure jetzt wohl für einen unfassbaren Übergang? Wann werde ich sie wiedersehen? Und manchmal schließe ich die Augen, schnell vor, ich sitze am Meer. Dann denk ich an diese Insel und mein Herz, das wird zu schwer. Diese eine Liebe, die ich nie zu Ende gehen. Ja, ehrlich, scheiße. Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, scharf, solche Sehnsucht. Ich bin hier in jeden Fall. Ich bin wieder in den Gott. Wie oft stand ich schon am Ufer? Wie oft sprang ich in die Sprache? Wie oft mussten sie mich retten? Wie oft stand ich schon am Auf Junior. Ich bekomme selber in den Gott. Wie oft stand ich schon am Ufer? Wie oft stand ich schon am Ufer? Und ich weiß wie der Zweite hier ist genauso blöd wie hier. Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich will jetzt den Tag wieder auf den Rennen zu. Ich will die Lage noch zehn. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück am nächsten Jahr. Tschüss!